Hallo, mein Name ist Safi von testzelten.com. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Berlin und habe im Jahr 2020, 2021 das schriftliche und mündliche Auswahlverfahren des Zolls durchlaufen. Ich möchte euch hier ein bisschen von meinen Erfahrungen und Inhalten der beiden Abschnitte der Verfahren ein bisschen erklären und erläutern, wie ihr euch am besten darauf vorbereitet und was denn so Inhalte sein werden. Genau, ich nehme mal vorweg, dass wir noch zwei spezifische Videos machen, wo genau die Inhalte drankommen werden, wie mein Verfahren ablief, wie es abgelaufen ist beim schriftlichen Verfahren und wie es abgelaufen ist beim mündlichen Verfahren. Ich kann euch auch vorab sagen, ich habe mit testzelten.com angefangen zu lernen im letzten Jahr, habe dann beide Verfahren durchlaufen, habe dann bestanden und von daher war ich ideal mit unserem Testprogramm von testzelten.com vorbereitet. Habe mich dann aber gegen den Zoll entschieden, dann doch eher für eine Karriere in den Medien und möchte aber euch allen, die wirklich motiviert und interessiert sind beim Zoll anzufangen, eine Chance bieten, quasi direkt von den Vorgängern, die im letzten Jahr das Verfahren durchlaufen haben, zu lernen, wie man sich am besten darauf vorbereitet und auf was man sich am besten darauf vorbereitet. Genau, vielleicht zum allgemeinen Ablauf. Ich habe mich im September beworben gehabt, im Oktober kam dann eine Einladung oder auch eine Art Zusage, dass man in die engere Auswahl aufgenommen worden ist. Macht euch da also nicht verrückt, das kann manchmal ein paar Wochen dauern, bis da eine Rückmeldung kommt, da gibt es nicht drei Tage später. Übrigens, ja, sie werden eingeladen. Es wird wirklich schon mal aussortiert und durchgesiebt quasi, welche Art von Mensch man da quasi haben möchte, was für Noten man mitgebracht hat und ob derjenige wirklich qualifiziert ist, auch durch dieses Bewerbungsverfahren durchzulaufen. Ich habe dann im November mein schriftliches Verfahren gehabt für den gehobenen Dienst, das ging dann circa vier Stunden, also man hat vier Stunden Zeit, um genau zu sein, auf die Minute sogar, hat im mittleren Dienst dreieinhalb Stunden Zeit, die genauen Unterschiede und was die Inhalte waren, erkläre ich euch dann im zweiten Video. Ich habe in meinem schriftlichen Verfahren dann im November mit circa 150 Leuten in einer riesengroßen Halle, Corona-bedingt, in Berlin das Verfahren durchlaufen und den Test geschrieben. Es ist vielleicht auch nochmal im allgemeinen Durchblick ein analoger schriftlicher Test, das ist kein PC-Test wie bei der Polizei zum Beispiel. Heißt, man kann immer hin und her blättern, man kann wieder zu Aufgaben zurückspringen, es ist nichts, wenn man auf Weiter gedrückt hat, weg. Das finde ich auch sehr wichtig zu wissen, weil man sich da schnell nervös macht. Es gab riesengroße Themenkomplexe, die dann aber total klein zusammengefasst waren, weil man sich eigentlich einen Riesenkopf gemacht hat, oh, kommt da jetzt viel Mathe dran, kommt da jetzt viel Deutsch dran, kommt da jetzt überhaupt Englisch dran, wie bei der Polizei. Ja, und man sollte sich da nicht zu verrückt machen, wie gesagt, das wird im zweiten Video nochmal genauer erklärt, aber manche Themenkomplexe waren halt wirklich nur auf zwei bis drei Aufgaben gefasst. Genau, und dann habe ich quasi, nachdem ich den Test abgegeben habe, erst relativ spät, dafür, dass es Anfang November war, habe ich im Januar eine Art Zusage oder eine Einladung. Ich nenne es immer Zusage, aber es ist eigentlich nur der nächste Schritt des Auswahlverfahrens, deswegen ist es quasi eine Zusage, dass man in den nächsten Schritt aufgenommen worden ist, aber es ist eigentlich nur die Einladung zum Auswahlverfahren für den mündlichen Teil gewesen. Das heißt, man ist nochmal in die engste Auswahl gekommen, weil das mündliche Auswahlverfahren ist der letzte Schritt, den man durchläuft, quasi, das ist die Ziellinie, wenn man dort überzeugt hat und überzeugen konnte und dann auch noch von der Punktzahl, das werden nämlich auch Punkte gegeben, auch im schriftlichen Verfahren, die spielen dann auch noch eine Rolle, das heißt also nicht schriftliches Verfahren abgehakt und wenn man das dann abgehakt hat, zählen nur noch die Punkte aus dem mündlichen Verfahren, nein, schriftlich, mündlich zusammengerechnet und wenn man dann quasi platzierungstechnisch so viele Punkte erreichen konnte und so überzeugen konnte von sich im mündlichen Verfahren, dann wird man auch quasi beim Zoll aufgenommen. Die Inhalte des mündlichen Verfahrens möchte ich euch auch nochmal gesondert in einem dritten Video erklären und erläutern, es war aber so, dass wir circa mit drei bis vier Stunden einplanen konnten im mündlichen Verfahren, wobei das nicht vier reine Arbeitszeitstunden waren wie beim schriftlichen Teil, es war vielmehr so, dass man im mündlichen Teil sehr, sehr viel Pausen zwischendrin hatte, weil jeder einzeln in die Prüfungskommission geladen wurde und genau, dann gab es da bei mir drei größere Aufgaben, die man zu erledigen hatte, normalerweise waren es vier, aber ich war wie gesagt der sogenannte Corona-Jahrgang, man möchte es nicht so nennen, aber es war nun mal so, es waren besondere Bedingungen und welche Bedingungen es genau da gab, wie die Inhalte waren, möchte ich wie gesagt definiert in einem extra Video machen, einem ausführlichen Video, was euch helfen wird, auf welche Lerninhalte ihr euch vorbereitet, aber so wisst ihr ja schon mal, in welchem zeitlichen Abstand ihr mit Briefen rechnen könnt, wie lange eure Auswahlverfahren sein werden und wie wirklich der verwaltungstechnische Akt beim Zoll ist, analog, nicht digital und persönliche Vorstellung vor wirklich einer Prüfungskommission, die dann im gehobenen wie im mittleren Dienst beides drankommt, also man wird beide Male nochmal mündlich quasi eingeladen und zur Vorstellung, aber um euch nicht viel zu viel vorwegzunehmen, möchte ich wirklich nochmal, auch wenn ich es schon zwei oder dreimal gemacht habe, auf die nächsten Videos verweisen, dort wird wirklich ausführlich auf jeden einzelnen Themeninhalt eingegangen und meine Tipps dazu, natürlich sind die jedes Jahr unterschiedlich, diese Tests, aber vom großen allgemeinen Überblick und von den einzelnen Themenkomplexen wird es sich jedes Mal ähnen bis komplett gleich bleiben, von der Aufgabenanzahl und von der Schwierigkeit und der Ähnlichkeit der Aufgaben, genau, von daher wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Lernen mit unserem Testprogramm von testheden.com, mir hat es geholfen, ich habe, wie gesagt, bestanden, habe mich für was anderes entschlossen, aber ich glaube, es gibt viele von euch, die dieses Video gucken, und wirklich sehr gerne lernen wollen und Infos haben wollen, wie der ganze Test und diese Auswahlverfahren laufen, von daher möchte ich euch gerne weiterhelfen, deswegen ganz viel Spaß beim Lernen mit testheden.com, bis zum nächsten Video, bis bald und ciao! Das war's! Bis zum nächsten Mal.